Dedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeede Das ist alles falsch. Das ist Villager News Nummer 2. Ihr seid gefeuert. Ich dachte es wäre Nummer 1. Okay, du kannst bleiben. Yay! Wer ist ein guter Villager? Ich bin ein guter Villager. Ja, das bist du. Neuigkeiten. Die Lottozahlen sind draußen. Die Gewinnerzahlen sind 1, 4, 17, 548, der Buchstabe M und die Zeichnung eines Hundes. Ich frag mich wer das gewonnen hat. Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Jemand muss sich hier rausholen. Gewonnen. Raus hier. Au. Raus hier. Los. Okay, ich geh. Einer der Bewohner hat es geschafft sich selbst zu verzaubern. Ich glaube er ist eine Hexe. Man sollte ihn verbrennen. Du sollst keine Meinung haben. Dein Gesicht sollte keine Meinung haben. Einer der Bewohner wurde mit einem Stack Holz wieder vereint, was ihm geklaut wurde. Ich mag das nicht. Hey. Und die letzte Frage für heute. Warum sieht mein Schnurber so toll aus? Neuigkeiten. Ein Bewohner hat es nicht rechtzeitig geschafft sein Buch in der Bibliothek abzugeben. Wir schalten jetzt live zu Villager Nummer 9, der sich bei einem Spezialeinsatzkommando befindet, die sich mit dem Buch befassen. Danke Villager Nummer 4. Wie ihr sehen könnt, versuchen die Spezialisten schon die ganze Zeit ins Haus zu gelangen. drei. loved one proof. Wir sind drin. Los. Wir unterlegen das ganze mit a cappella musik. du 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 Klar, 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 ich glaube ich hab was gefunden. Schnell, schnell! Ah! Was ist los? Bitte befahren Sie Ruhe! Nicht er! Weiter! Fertig? Fertig! Ich sehe hier drei Verbrecher! Oh mann, dieser Ort ist ja voll von ihnen! Schnappt sie! Nein! 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 Das Herr hat mich dazu gebracht! Da ist noch einer! Schnappt ihn! Ihr kriegt mich niemals lebend! Oh, er konnte fliehen! Weiter! Okay, weiter los, weiter los, weiter los, weiter los! Was ist los? Verschlossen, ich komm nicht rein! Ich komme! Los, aus dem Weg! Weg, weg, weg! Gute Idee! Gute Idee! Gute Idee! Ballscher Dumpf Nikolaus weit weg! Los, los, los! Schnappt es? Dankeすcentric! Was gestern,ungsmückel haiher? Das ist der! Was zum... Ich dachte wir machen die Musik! Wieviel Dumpf Nikolaus? Ihr Buch wurde verlängert! Danke! Du-du-duh! Du-duh-duh! Du-de-duh! Du-dudun! Okay! Raus hier! Alles ist gut! Du-dudin! Er schreit, als hätten wir unsere Arbeit getan! Ihr habt gar nichts gemacht. Halt's Maul. Zurück zu dir in Studio. Danke, Villager Nummer 9. Das war's für diese Edition von Villager News. Hey, das ist mein Stuhl. Weg da! Nein! Villager News.